Kannst du es überhalten? Ja. Was sollst du denn? Alles aber so. Ja, du musst doch mir erst doch mal das in die Rand geben. So, und jetzt kannst du Action machen. Ja, fahren zu Buckel. Wir fahren zu einer Burgruine mit einem Stern. Dieser Stern geht auf. Eine Burgruine Klosterruine. Eine Klosterruine. Was suchen wir jetzt hier? Jetzt wackelt es, weil das auch gewackelt hat. Ja. Also muss ich das mittlerweile oberhalb halten. So, jetzt geht es gut. Das müsste dann auf der linken Seite sein. Sollte auf einer linken Seite sein. Nach 150 Metern befindet sich das Ziel auf der linken Seite. 150, da drüben ist irgendwas schon angezeichnet. Da bin ich schon wieder abgerutscht. Oh, da ist es. Guck. Auf der linken Seite. Das müsste es hier sein. Kann man es auch darüber abstellen? Ja, du kannst es abstellen da rein. Nein, da ist es weich. Also gut, da ist es zu dreckig. Das Ziel befindet sich auf der linken Seite. Das ist zwar weich, gell? Das ist weich. Ja. Da ist etwas passiert. Oh, mir kommt immer raus. Ah. Okay. Wollen wir das nochmal jetzt? Ja, jetzt drehen. Jetzt drehen wir. Achtung, wir drehen. Gehen die Mulde hinten rein? Nein. Ich meine, da wo wir rein müssen. Ja. Dass du da rein fährst. Oh, du nimmst mein Kabel mit? Gut. Einverstanden. Ich konzentriere mich auf den fahren. Aber es ist schwer zu sehen, was geht? Nein. Soll ich es immer noch aufnehmen, alles? Ja. Oh, 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 oh. Alles okay? Ja, alles okay. Das hat sich aber nicht mehr gut angekürt. Das ist, was da hier in Japan ist. Captain America. Ja, da müssen wir rein. Und wenn du da mal so vorwärts reinfährst, kannst du auch rückwärts wieder rausfahren. Ja. Und da ist es doch direkt. Vor unserer Nase. Ja. Achtung. Achtung. Vor unserer Nase ist das. Ja, fahr weiter, fahr weiter. Du kannst durchfahren. Und hier sind wir direkt an den Kloster. Ja. Achtung. Das ist schon sehr spannend und aufregend. Wir können uns da hinsetzen. Wir können unseren Arsch abführen. Ja. So, 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 so. Wie wird es jetzt schon? Gut. Heute werden wir heilig gesprochen. Drehen. Aber langsam. Die Bank brauchen wir nicht. Ja. Denk dran. Wir haben einen Mercedes. Ja. Vorwärts. 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 Gut. Und das stehen lassen. Lass ihn da stehen. Wir haben die alles gefunden. Wir sind spitze. Hallo. Herzlich willkommen bei Neuen Abenteuer. Wieder von Jana Schons auf Suche nach Neuen Abenteuer. Hier ist Eustus König. Spezial mit Captain America. Und wir sind, da ist der Onkel von der Küche dabei. Und wir sind heute, haben jetzt dieses Kloster hier gesucht im Wald. Und warum ist es so dunkel? Warum ist es dunkel? Ja, weil heute Samstag ist und wir haben vorher keine Zeit gehabt. Weil es spannend ist. Und weil es auch dunkelheit ein bisschen spannender ist. Morgen gehen wir auch in Tageslicht unterwegs. Aber jetzt in Samstag gehen wir halt abends in die Dunkel unterwegs. Wir haben ja ein super LED-Licht dabei. Strahler, Akku. Und wir stehen da vor dem Kloster in einem Turm. Und das schauen wir uns jetzt alles an. Diese Kloster hier im Wald. Wir sind dann hier in Frankfurt wahrscheinlich. Weil wir haben ja neben einem Flugzeug gesehen, das so fast so ein... Nicht abgeschützt landen wollte, glaube ich. Und da drin ist irgendwo ein Zug und sowas. Viel Spaß beim Zuschauen. Und Action, Action. Es wird spannend. Ab Ende von... Da steht der Mercedes-Benzel Carbomann im Weg hin. Und das ist ein Turm von der Schloss... Äh, von der Kloster-Ruine. Warum haben Sie es denn Schloss eigentlich? Dass wir nicht rein können. Uns ärgern. Warum haben Sie nicht rein? Mit Schloss. Ein Schloss der Schlösser. Ja. Da. Unser neues Zuhause. Ja, ein super Schloss. Geiles Schloss. Ich hab sogar ein paar Fenster. Da haben mich was hinterlassen. Da haben mich was hinterlassen. Guck, da haben mich was hinterlassen. Geil. Ja. 28. 29. Lustig. Lustig. Schöne Bilder noch. Schöne Bilder noch. Ist das total frei oder nicht? Er wird hier jetzt rein schauen? Ja, frei. Wo ist es rein? Der Turm ist hohl. Also da geht hoch. Das Treppenhaus ist weg. Ja. Vielleicht vom Ende des Turms ist auch die Decke rum. Ich muss mal recht, das ist ja Kloster original. Und da oben scheint schön der Mond. Mond. Das ist richtig spannend. Aufregend. Ja. So was. ist das so ein schönes Gitter. Eisen Gitter haben wir sogar noch dabei. Eisen Gitter schön. Das ist ein Foto. Und der Strahler. Ja. Es ist Rutschen. Rutscht da. Und Mercedes. Nur mit dem können sie unterwegs sein. Mit diesem. Genau. Und da geht vor. Das war kein Kloster. Was los so gesehen. Wahrscheinlich. Und hier steht ein toller Wagen wieder. Ja. Klostergefängnis. Das ist ja ein Klostergefängnis. Sieht gut aus. Wenn man den so aus dem Wagen schreibt. Ja. Das sind wir selbst bei den CLK. Hast du Gitter und Eule? Ja. Das ist geil von hier. Irgendwer gesagt. Ja. 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 Was ist denn da? Nichts. Doch. Guck doch genau hin. Ah. Feuerdrücken. Ja. Die Klosterschwester waren alle da. Guck doch hin. Ja. Ja. Klar. Cool. Deine Klosterschwester. Die Klosterschwester sind vor mir. Das ist eine Bank. Oder? Das ist die Eule. Ja. Ja. Das wird der Mario weg. Der ist gleich hier vorher an. Das sind irgendwelche. Hü. Ja. 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 Du musst noch ein Stück rein. Guck mal. Das musst du aufbringen. Was ist das? Die Krone von oben. Von dem Gebäude hier. Kloster ja. 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 Das hast du auch. Ja. Wir sind am Kloster Wolfgang. Mauer voll Ressel und. Das sind wir also. Haha. Da hat man auch das zu der Batterie rein. Die Werden hast du nicht gebraucht. Da hat mich ja was. Das haben ja richtig alle Kinder gewesen. Hä? Das hat das meine Kinder. Ja was sonst? Typische Kinder sogar dabei gewesen. Ja. Nono. Da haben sie das Ding. Eine Fischdose gegessen. Ja. Ja. Wenn. Ja. Wenn. Wenn. Alk. Dich nie vergessen. Mona, ich werde dich nie vergessen. So. Ich werde dich nie vergessen. Dein Bauch. Lämf Gott damit. Das ist Katastrophe. Vergesst mir mein Bauch. Man dachte dass man das nicht drauf hat. Wo sind sie hin? Scheiß. Alk. Falsches. Ja was denn? Scheiß. Falsches. Falsches. Ach, der kann nicht falsch schreiben. So. Türken. Schau, nein, ich hab Aids, anstatt ich hab Aids. Wo steht das? Ja. Wo läuft das? Warte mal, Jens Fischer, liebe dich. Forever. Ich habe Aids. Sagst du hast Aids? Pratikator hat Aids? Eieieiei. Du musst erzählen Sachen. Warum hast du deinen Penis abgeschritten? Ja, warum hast du das hier reingesteckt? Hey, warum hast du das hier reingesteckt? Das ist der Penis. Deiner, ja? Lass es doch, lass es doch dort. Das ist ein Kleiner stehen da. Ja, eine Waffe. Ja, eine Waffe. Kommen wir mit weiter. Da vorne ist ein Türken und da ist eine Beschreibung. Wo? Da ist noch etwas und da ist eine Beschreibung. Ja. Und da oben ist das Dach hier. Ja. Ich hab gedacht, ich find's nicht. Da oben kannst du auch noch drehen. Ja. Und das hätten wir schöner machen müssen. Nicht einen Baum draufpflanzen müssen, guck. Ja. Ja. Kommen wir hier? Okay. Ach, ist der Turm hier? Und da ist noch ein halber Turm. Ja. Ja. Jawohl. Ja. Nur Teller. Ja. Jawohl. Ja. Ja. Jawohl. Ja. so ich hab dich gefunden obendrauf das geht, haben sie schon weggelacht ja die Idioten oh oh wir haben auch noch ein bisschen aufgelacht haha warum ist das so gut? das ist jetzt schon viel kleiner oder? weißt du denn das doch noch geklecht ist? das ist gar nichts ey, da hat sich letztens jemand aufgelacht da oben ist jemand aufgelacht da oben ist der Hacken, da hat sich jemand aufgelacht wo ist es denn da? da oben da hat sich jemand aufgelacht da oben da oben naja wo ist der Eingang der Eingang da oben ist alles ich lasse dich schon kommen guten tag die stelle von mir und geben uns sehen das wäre schloss Das sind die Grundritze. Das sieht aber geil aus, das Blende, von hier aus anfangs. Hör mal, du musst so aufhören, das sieht echt geil aus. Oh, das ging hoch. Hast du genau die Löcher, wo du hast? Ja. Das hat fast wie Gesicht, wenn du genauer hinschaut. Ja. Gesicht ist in Ruhe. Ja. Du kennst fast ein Hundeser. Haha. Doch? Ja. Da oben ist die Mütze, hier ist die schwarze Kutte, da hast du zwei Augen, da aus dem komischen Fleck ist die Nase, da unten hat sich schiefen Mund. Gut. Eindeutig, oder? Der Autohal ist dann das, was ich hab. Ja. Eindeutig gut. Das sind die Mauerreste. Das sind die Mauerreste. Ja. Da wo der Eingang war. Ah. Das ist ein UFO. Ja. Das ist ein UFO. Ist ja rein geflogen. Amerikan. 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 Ja, ich bin... Lauf einfach hier auf den Weg. Ja. Gut. Das ist super. Das ist sehr super. 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 Super geil. Und da kommt die Tafel. Super geil. Wann immer sich ein Abenteuer lohnt, Angst und Schrecken kennen wir nicht, denn das sind wir gewohnt, wo immer ein Rätsel zu wünschen ist, hoch in dem alten Schloss, oder im Schwung Ja. Ich hab das nicht gesehen. Fünf Einge, das sind wir. Ja. Ja. Du hast mich zu groß fühlen, ja. Ja. Das ist groß. Ja. Das ist groß. Ja. Einmal. Wir kommen schnell herbei, wann immer fährt es raus und schon sind wir da. Was hinter verbotenen Türen auch steckt, wir kennen kein Zurück, es wird von uns entdeckt. Wir lassen uns keine Gefahr entnehmen, Vertrauen auf uns, wir packen's an, wer kann uns widerstehen? Fünf Freunde, das sind wir, Julian, Dink und M, George und Demi, der Hurt. Fünf Freunde, das sind wir, wir kommen schnell herbei, wann immer ihr das wollt. Wir kommen schnell herbei, und schon sind wir da, sind wir da. Was haben die freigelegt? Hä? Scheiße, was ist das hier? Die archerlegenden Untersuchungen bis 2013 und 2014 hießen trotz der kurzen Bestehzeit eine rege Baudänigkeit an der Stadt Wolfgang nach nördlich der Kirchenruine, wurde ein Vorgängerbau sowie unterkleiderte Wohnungen und Wirtschaftsgebäude ebenso wie ein Rudertreppendurm an der Sarkastetei freigelegt. Hast du's gesehen? Ja. Wo? So? Die Fußwurzinnen und Gießen mit dem Wappen der Frau war auch der einste. Verputz mit roter Schein an den Türen und Gebäude zeigte die Hausfarben der Klosterstiftung. Der freistehende Ton wurde ursprünglich ein zweischlüssiges Gebäude mit Kälter der ersten nach der Klosterzeit, weitere Geschosse und ein Zinnglanz aufgesetzt worden. Und das Klaus bringt seine Geschöpfung zum Gewinn von Gras, meistens steigen die Bauwalt, die Wofen, auch Zugzeugen der Zerse, den Mönchen betrieben. Guck mal, da ist der Standort. Wo die Tafel ist. Das haben wir gerade den Turm gesehen. Das war der Turm? Das war das, wo wir hinten waren, wo das andere halb da war. Das hier. Was war das? Da war das kleine Bruder, das wo er auch Gitter hat. Wer ist schon da hinten? Achso, das kleine, ja. Genau, da ist ein Rundding da. Da ist das Lagerfeuer. Und da hinten wäre noch etwas. Da ist die Schutzhütte, die wir gesehen haben. Ja. Da ist ein Weg und dann rechts wird noch was gewesen da. Genau, und da müssen wir noch hin. Genau, da müsste das Ding da sein. Genau. Also, Schutzhütte rechts. Genau. Also, marschier los. Da geht's wieder rein, oder? Genau. Ach, da oben fliegt schon wieder ein Flugzeug. Ja, stützt gerade nach. Also, an der Tailstail K vorbei. An dem Turm vorbei. Let's go! Am vollen Hund vorbei. Das ist die Schutzhütte. Das ist die Schutzhütte. Der in der Richtung war das. Wow, ein Flugzeug. Das sieht geil aus. Wahnsinn. Das ist ja mittenmal dann hier, oder was? Nee, das war nicht mehr Schutzhütte. Und das ist nur hier. Hier ist das. Was ist das? Hier, da ist, äh, der Ende. Höch, da sind Steine nochmal. Weiter ist es nix. Also, es war es auch nicht. Das, ähm, siehst du das da? Die Steine? Ja. Das ist was eingegrenzt. Also, es war es auch nicht hier. Auch nur, nur Reste übrig. Nur Steine. Also, das andere haben sie wahrscheinlich vielleicht hier aufgegraben und wieder zugemacht. Kann ich nicht vorstellen. Glaubst nicht. Ne, das ist das Strang. Das ist das da. Die Mauer, guck da. Da ist es. Hier. Mauer. Da. Was ist denn hier an der Mauer? Ne, die haben mehr Gebäude angezeigt. Hier, guck, da ist es doch. Ist das die Mauer? Ja, ist schon eine Mauer. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es sein soll. Weil die haben mehr angezeigt. Komm, nochmal ein Flugzeug, guck. Super, ja. Oh, das ist ein kleines. Ein kleines würde ich sagen. Kann ich doch mal da reinzuschicken, den Wald doch mal rein? Warte. Alles klar? Alles klar. Alles klar. Also, ich sehe hier nichts mehr im Wald. Das war hier eingemarkiert. Das ist einmarkiert. Wer ist da nicht da? Markiert. Da ist es nicht mehr markiert. Da ist es nicht mehr markiert. Das ging ja bis dahin und der Rest ist weg. Sie haben es wahrscheinlich mal aufgegraben und wieder zugemacht. Das ist ja blöd. Ja, hier ist doch nichts mehr. Lauf doch einfach. Ich habe Lampe. Ja, dann ist das gut. Also, das ist nur ein Weg. Das könnte nicht sein, glaube ich. Lauf doch einfach. Ja, das ist doch ein Traktor. Der muss in den Wald rein kommen zum Holz holen. Ja. 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 Nur Wurzeln. Und weiter weg, hat nachts nicht auf dem Wald zu einer Stelle. Ja, machen wir ja auch nicht. Hier ist Grenze. Ja. Sonst verlaufen wir uns doch hier. Das ist doch nicht gut. Ist aber zu kalt. Ein Stück schon verlaufen. Da sind wir gerade im Unterstück. Sind das nur Bäume oder so? Nur Bäume. Nur Bäume. Nur Bäume. Ja. Wir laufen hier zurück. Da haben wir auch große Regen. Ja. Du kannst höchstens in der Schutzhütte noch mal gucken, was da ist. Ja. Da hast du es. Lässt. Wenn wir einfach da rumlaufen, dann verwerfen wir uns wieder. Ja. Im Dunkelwald schaut alles gleich aus in den Wald. Wie war es? Wie war es? Das ist kein Transformer. Da kannst du ein Sichtbild rausholen. Da siehst du. Der Weg ist so gemacht wie ein Traktor. Holz. Huffo. Wie ein Flugzeug. Ja. Ja. Hier ist irgendwo auf dem Platz. Ja. Das ist scheiße. Nähe von Frankfurt. Ja. Glaublich. Und hier. Wie viele Kilometer sind wir weg? Keine Ahnung. 85 Kilometer vorne. Das ist schon. Pfeilbildbrunnen entfernt. Und da ist irgendwas. Ein Baumstamm. Ja. Scheiße. Das ist gar nichts mehr. Warum geht es gleich wieder zurück? Ja. Ja. Wenn du mehr sehen möchtest, dann muss man weiterfahren. Da ist nix. Nur ein scheiß Wald. Da wo wer auf kannst. Da hab ich schon was stimmt. Da waren wir schon. Das sind wir noch. Oder warte, es ist nicht geschieht. Das ist 10 auf dem Platz. Ja. 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 Hörst du einen Schutz98 hat, da reichte es noch mal. Damit wir dann nachgucken. Ja. Kannst du doch mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020